Die Gesamtbewertung für diesen Schöffelartikel ist 9.6 von 10 Punkten. Es ist das exklusivste in dieser Auswahl. Es ist eines der interessantesten Produkte in diesem Bereich und bleibt eine ausgezeichnete Wahl für die meisten Benutzer, die es bereits gekauft haben. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken. Die Gesamtnote für diesen Salewa-Artikel lautet 9.2 von 10 Punkten. Es ist derzeit das meistgewählte aus dieser Kategorie. Dies ist definitiv eines der besten Produkte, die derzeit auf dem Markt sind. Den Link zu diesem Produkt mit allen Informationen und dem aktuellen Preis finden Sie am Ende der Videobeschreibung. Die von unserer Redaktion vergebene Entnote für dieses Carinthia-Produkt lautet 9.6 von 10 Punkten. Es ist derzeit der Bestseller. Es ist ein sehr effizientes und vielseitiges Produkt, das einzigartige Leistungen bietet. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink mit weiteren Informationen und dem aktuellen Preis. Carinthia hat ein Produkt hergestellt, dem wir eine Gesamtbewertung von 9.6 von 10 Punkten gegeben haben. Es ist derzeit das am häufigsten verschenkte Produkt. Es ist eine der beliebtesten und populärsten Kaufoptionen bei den Nutzern, was durch die mehr als positiven Bewertungen derjenigen, die es ausprobiert haben, belegt wird. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen oder es kaufen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos. Die Endnote für diesen Gore-Wear-Artikel ist 9 von 10 Punkten. Es ist das offensichtlichste in dieser Auswahl. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Qualität aus und ist ein Artikel, der alle Arten von Benutzern zufriedenstellen kann. Den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017